Ich habe euch diese Woche ein Thema mitgebracht, was in Mainz schon seit vielen Monaten diskutiert wird. Und zwar geht es um das Naturschwimmbad Heilige Makrele. Wir versetzen uns gerade in Situationen, wir sitzen am Rhein, es ist heiß, wir können uns abkühlen, wir können uns erholen, mitten am Rhein. Ein Naturschwimmbad, das ist natürlich eine total tolle Vision, die dort auch von Alexander Kiefer als dem Macher hinter diesem Projekt vorangetrieben wird. Man muss allerdings auch so ehrlich sein, finde ich an dieser Stelle, dass das dort nicht realisiert werden kann. Das Naturschwimmbad an dieser Stelle mitten im Zollhafen ist genau in dieser Flucht eines hochpreisigen Wohngebietes. Da geht es um Lärm, da geht es allerdings auch neben den Öffnungszeiten natürlich auch um die Zufahrtswege, um Parkmöglichkeiten. Da geht es um andere Dinge, die dort geregelt werden müssen. Und wir sehen gerade im öffentlichen Raum, wie im Moment in Mainz, die Diskussionen im Sommer hochkochen, allein jetzt rund um den Winterhafen, was den Lärm gerade und das Verhalten von Leuten im öffentlichen Raum angeht. Da sind natürlich immer die Anwohner, diejenigen, die beim Thema Lärm sehr empfindlich reagieren. Das fände ich jetzt am Zollhafen auch komplett nachvollziehbar seitens der Anwohner. Trotzdem sagt OB Michael Eblinger, findet diese Idee gut. So weit gehe ich noch mit. Man muss natürlich auch sagen, neben meinem Standpunkt, dass das dort nicht realisierbar ist, dass ich auch glaube zu wissen, warum der OB sich scheut, da einen Haken hinter zu machen und die Idee zu begraben. Denn er war es, der in seinem Wahlkampf 2019 ein Naturschwimmbad am Rhein als Punkt gesetzt hat und vorantreiben wollte. Da würde er jetzt wortbrüchig gegenüber seines eigenen Wahlprogramms werden, wenn er drei Jahre danach sagt, nee, kann ich mir an der Stelle überhaupt nicht vorstellen. Fakt ist aber, dass ich es mir an dieser Stelle überhaupt nicht vorstellen kann. Was aber nicht heißt, dass ich ein Naturschwimmbad am Rhein als Vision nicht auch gut finden würde. Es gibt genug andere Stellen, wo man sich das eventuell vorstellen kann. Es gibt auch historische Belege von anderen Stellen, wo Naturschwimmbäder in Mainz eine Rolle gespielt haben. Deswegen wäre meine Bitte an den Oberbürgermeister doch klar zu sagen, dass das an dieser Stelle überhaupt keine Alternative ist. Sich allerdings gleichwohl darüber Gedanken zu machen, wo am Rhein an anderer Stelle dieses Naturschwimmbad denkbar wäre. Denn er wird es ja nicht ohne Grund vor drei Jahren in sein Wahlprogramm genommen haben, weshalb er einfach ein paar Ideen braucht, um das dann auch umzusetzen. Aber diese heilige Makrele in diesem Keil am Zollhafen kann ich mir nicht vorstellen. Das wird nicht umgesetzt werden und ich hoffe, dass das irgendwann mal in naher Zukunft sich traut, jemand auszusprechen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche.